Da müsstest du deinen Charakter anpassen können. Oh ne, das war er, sorry. Ich hab mir schon so ne schöne Krawatte und so ne schöne... Ach, scheiß, scheiß drauf auf den Charakter anpassen. Ich weiß jetzt, ich bin nicht aus Versehen mit da Dings rein. Willst du Random Level machen, ja? Was? Ich würde sagen, einfach Random Level. Wir haben jetzt die volle Auswahl. Warum nicht? Da kostet aber ganz schön scheiß schwere Level der beiden, das wisst ihr. Kann sein. Das kann sein. Sorry, ich hab auszusehen, weil das bin ich jetzt hier mit meiner Tastatur und Maus. Das hat er mich jetzt... Achso, da ist er, guck. Okay. Aber der wäre eh nicht mit reingekommen, von daher. Ähm, ja. Der Pion. Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, bevor es losgeht, ich stelle ich jetzt mal hier für meine Aufnahme, ich lege ja auch auf für, für meinen Kanal. Dann stelle ich mal vor... Warte, wo müssen wir denn überhaupt hin hier? Ach, da, okay. Ja. Oh, da unten nach da drüben. Oh. Ich wollte mal vorstellen, wer ist denn überhaupt heute dabei? Also, ähm... Hoff ist mit dabei und... Danger is deadliftest mit dabei. Oh, 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 oh. Das Team ist mit dabei. Oh, 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 oh. Nein! Huh, ha! Ah, kacke. Mich hat's dann gerafft. Soviel dazu. Ah ja, jetzt ist ja gleich das absolute Abfackellevel, oder was? Sorry, das... Ja, hallo, ich bin das Steve, der Langer's Deadlift. Genau. Äh, wir sind ja gleich übrigens zu hart eingestiegen. Ja, wir sind direkt rein gestartet. Wir sind schon. Jetzt hab ich mir gleich eine Bombe geschnappt. Das ist ja sehr clever. Ähm... Genau, zerstöre den Pier. Ja. Ich hab die drehende Treppe gemacht. Und wir... Und wir spielen heute... Bei mir ist es... Auch nicht. Ja, ja. Und was wir vielleicht auch vorher hätten... Ah! Ja, scheiße. Versucht das Ganze jetzt hier noch anzumoderieren, während ich jetzt... Diese scheiß kleine Bombs dort oben, ey. Da kommt doch nicht mehr die Wand hoch. So ein Kack. Ja. Gut, ähm... Ich wähl mir auch irgendwie immer die Sachen aus. Äh... Ja. Ja. Ich warte noch, was ihr anstellt. Das ist ja gut. Ja, gleich müssen wir. Perfekt. Ich mach's mir jetzt. Ich mach's mir jetzt. Ich mach's mir jetzt ein Papier. Ah, man kann auch nicht surfen. Der Prof surft mit. Uh. Ich weiß nicht, ob das... Kacke. Ich bin geliefert. Ah. Das hat's nicht gemacht. Mein Plan ist aufgegangen. Er hat's gewonnen. Ja, gewonnen hat er noch nicht. Aber ja. Er hat die Runde gewonnen. Nee, das auch noch nicht. So, und jetzt machen wir das Ding wieder zu. Und dann... Ähm... Eis. noch mehr Eis. Passt nicht drauf. So ein Mist. Mach ich hier ein bisschen Eischen. Ja, mach's dir ein. Wenn niemand mehr durchkommt, bin ich am Gewinn. Das ist eigentlich blöd. Zwergi! Ja. Hast du einen Zyra-Antrall oder was? Nee, ich wollte ein bisschen Musik machen. Ähm, was man vielleicht sagen... Was man vielleicht sagen muss für meinen Kanal, wenn ich das jetzt veröffentliche, für meinen Kanal... Ach, kacke. Immerhin gewonnen hat keiner von uns. Ja. Was man vielleicht noch erwähnen muss, der Steve, der ist... Der ist Mitglied in der Piratenpartei und der war bei mir... Bei uns im Podcast mit dabei. Und da haben wir ihn in der letzten Podcast-Folge eingeladen. Mal bei uns mitzumachen. Wir haben vier fünfte Scott-Bände aufgenommen und dazu ist es jetzt gekommen. Also, für alle Unwissenden, die den Podcast nicht hören. Ja. So kam es hier zu. Ja, das ist genau. Deswegen bin ich hier. Leute, ich wollte euch noch einen Tipp geben. Ihr solltet es euch leichter machen. Ihr müsst doch durchkommen. Ihr müsst euch immer schwerer machen. Also irgendwann... Ah, das ist frechlich. Ich lebe noch, weil ich mich gedruckt habe. Ja, ich kann das schaffen. Verdammt. Ja gut, ich bin weitergekommen. Ich schwebe. Ah, ich vergesse immer diesen Hockey-Dingsbums, ey. Unwitz. Ich auch. Und das erledige ich mal hier. Ja. So. Ich wollte eins noch vorstellen, siehst du. Deswegen habe ich mir das gehört. So habe ich jetzt erledigt. Ist das kein Problem mehr. Wie wollen wir da jetzt noch hochkommen? Und der Fahrstuhl bringt gar nichts, weil... Weil die Welle kommt. Wenn du mit dem Fahrstuhl dann da langfährst, bringt das gar nichts mehr. Jupp. Der kommt ein bisschen spät. Der Fahrstuhl kommt zu spät. Okay, okay, okay. So, und jetzt? Ja, und jetzt? Wahrscheinlich so. So, und... Nein, 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 nein! Das kriegst du. Ich glaube an dich. Warte, ich weiß wie. Ich weiß wie. Ich weiß wie. Ach, verdammt. Ja, ja, ja. Komm, 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 komm. Ah, ja! Gut. Oh, ganz knapp. Noch hat er nicht gewonnen. Noch habe ich nicht gewonnen, ey. Noch gibt es eine Möglichkeit, dass... Na gut. Aber ich mache jetzt einfach alles zu hier. Ja. So viel dazu. Ja. Ähm... Ich habe nicht gesehen, ob der Fahrstuhl auch funktioniert. Funktioniert der Fahrstuhl? Nee, der funktioniert nicht. Also theoretisch funktioniert der schon, aber... Die Welle ist schneller da, als der Fahrstuhl da ist. Ach, kackend Dreck. Ich stehe da unten mit dem... Oh, ich bin in Sicherheit. Aber tot. Oh nein. Na, wird er seine eigenen Fallen überwinden können? Ich muss leider ein bisschen warten. Das sind deine eigenen Fällen, die du dir selbst bestellt hast. Na. Oh. Er hat es geschafft. Oh. Die Karte muss sogar erweitert werden. Errungenschaft freigestellt, das könne er. Ja, sehr gut. Bei mir kam... Ich weiß nicht, dass das Ding, dass das Spiel dann noch Papier anklebt. Keine Ahnung, ich habe noch nicht eine einzige davon gespielt. Eisberg habe ich schon mehrfach gespielt. Da kenne ich mich schon halbwegs drin aus. Das ist... Ähm... Ja, aber da starten wir doch gar nicht. Wir starten doch hier hinten. Wir starten da oben und dann müssen wir... Also ich würde hier nichts großartig in den Weg stellen, weil sonst... Das Ding ist zu sehen, da bitte, ne? Soweit ich weiß. Ach nee, nee, ist es nicht. Das stimmt gar nicht. Da fallen nur die Dinger runter, ne? Ja, das wird nichts, aber... Ja. Keiner zum Fliffan mit dem Schiff. Das Ding fährt? Das Ding fährt. Das Ding fährt darüber. Das ist der Clou an der Sache. Was? Na, sehr gut. Na, sehr gut. Oh. Ja. Und warum du überlebst ausgerechnet, du? Ja. Pass halt auf. Ähm, wie haben wir uns denn jetzt geeinigt? Haben wir jetzt... Also wir wollten... Wir wollten da ja eigentlich ein Wettbewerb draus machen. Das war jetzt hier... Also wer gewinnt, das dann Wetteinsätze und so weiter. Lassen wir es jetzt bleiben, oder? Ist mir egal. Du hast gesehen, wer bis jetzt gewinnt. Von daher... Gut, dass du das fragst. Wenn du dich doch... Wenn du dich doch traust, können wir es gerne machen. Ähm, ich... Jetzt ist... Ich glaube, ähm... Ja, ähm... Ich glaube, das darf man jetzt bleiben, oder? Ich meine... Ich meine... Für mich sieht es jetzt gerade sehr gut aus. Also ich meine... Ich bin hier gerade nur am Gewinnen, also... Da ich hier gerade eh nur am Gewinnen bin, ist das eh mein... Ist eh kein Problem. Du bist... Du bist dieser Dangerous Z-Lev, oder was? Ja. Das heißt, mein Kanal. Was ist das denn? Das Ding ist ja überhaupt nicht so traurig. Dann sage ich dir mal nicht, was wir abgemacht hatten. Tun wir so, als wäre nichts gewesen. Ist das einfach nur ein Glasball mit Stacheln, oder was? Genau. Wenn du drauf sprichst, bist du tot. Die Scheiß-Buckmaschine. So, das ist jetzt okay. Oha. Ja, genau. Ich würde es mal demonstrieren. Ich würde es einfach mal zeigen, wie es geht. Nein, nein, nein. Da kann man reingehen? Jo. Was bringt es einem hier drin? Nix. Ja, hallo. Ja, gut. Also. Frustentrap. Ja, nice. Ich bin hier eindeutig der Gewinner. Der Herzen. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Warum nicht? Stirb, Eisberg. Was? Warum nicht? Machen wir es mal ein bisschen lustiger. Das ist ja auch das ist langweilig. Was machst du denn? Nicht die Herzen-Maschinen zerstören. Warum ist das jetzt so weit rausgesucht? Ach du Scheiß, das geht ja gar nicht so fest. Hu. Ha, hu. Ha, hu, ha, ha, ha. Es geht wieder zurück. Da kam ich nicht mehr raus. Ach, Dreck. Der Gdassplitterwald. Ja. Schon wieder nur so ganz knapp. Oh. Das mag ich. Sieht ja gut aus heute. Das ist ja... Das schwarze Loch ist einfach nur assi. Ich zeig mich heute von meiner besten Seite. Also. Ich warte's da mal. Kann man da jetzt alles überschiffen oder... Wie läuft das jetzt? Ja, vor allem das hier oben. Ja gut, ähm... Ah, scheiß, scheiß. Ja, theoretisch. Kann man's damit schaffen. Gut, dass ich das schwarze Loch da oben platziert hab, ey. Das kann man überwinden. Das kann man überwinden. Aber nicht von unten, nicht von da unten aus. Scheiße. Genau rein. Aber die fliegen, die fliegen durch. Aber wenn sie von einem Dings getroffen werden, dann nicht mehr, ne? Von einem Eis-Dings. Deswegen ist das unseres zusammen geklappt. Hey, die wollte ich auch. So, ähm, stellen wir das mal hier hin. Nää. Wo stellen wir das denn hin? Ähm, hier stellen wir's hin. Ich weiß ja, dass es da ist. Na, äh, ach nee. Na. Ach du Kacke. 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 Ach, scheiße. Das war aber cool. Man hat wirklich diesen Moment der Realisation sofort gesehen. Das war einfach nur schön. So, und jetzt. Jetzt ist mein eigenes schwarzes Loch, was mich hier... Na komm. Schlürr. Nein. Sehr gut. Shit, ey. Hätt ich das gewusst, da hätt ich jetzt gewonnen hier. Das krieg's ja wohl nicht. Ich hab da so'n Trick. Ich hab da so'n Trick. Ich auch. Ach, das. Ist doch. Dann komm ich doch rüber. Vor's schwarze Loch. Zwergi. Jo. Läuft bei dir. Läuft bei dir, ja? Jo. Läuft bei dir? Ich komm hinterher. Nein! Das geht ja kaputt. Stimmt ja. Was weißt du, warum ich so'n gesetzt habe? Ah, hast du das vergessen? Ich dachte irgendwie, die fliegen da durch, ey. Ja. Jo. Okay. Oh, du kommst da eh nicht durch. Ah, ich hab mich gegrillt. So, jetzt komm ich. Auf geht's, Underdog. Zeig's uns. Huh. Oder auch nicht. Natürlich. Die scheiß Kettensäge. Kreissäge. Kein Gewinner, keine Punkte. Auch gut. Ähm, ich mach Heuballen. Heuballen, Heuballen, Heuballen. Geh weg. Was tut ihr da? Keine Ahnung. Wird das ne Verfolgungsjagd, oder was? Bis dein Automatstück steht. Ah, ist uns verkrankt. Verdammt. Hätte klappen können. Ups, da war was. Das Ding ist doch da, ne? Ich versuch's mal. Sie ist jetzt wieder da. Ah, nein. Und nur. Achso, okay, alles klar. Das ist ja eigentlich ganz einfach. Nur weiß wie. Und? Verdammt. Da hab ich jetzt nicht drauf gehört. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ja, wie auch du siehst. Und? Ja. Tack. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Das Größte ist, er kommt jetzt manchmal und manchmal kommt er nicht da. Das Ding, was blockiert, rotiert. Hm. Tja, ganz seltsame Runde heute. Ja. Mach mal einen rotierenden Flammenwerfer, das war aber lustig. Oh, oh. Warum nicht? Altbewährte Technik. Ups. Das wäre natürlich am besten, wenn man jetzt hier noch irgendwie rüber könnte. Oh, ah, kann man natürlich nicht. Ich dachte. Nein, das war zu nahe Scheiße. Ich dachte, es war weit weg. Alter. Ja, gut. Fucking hell. Müsste es nicht Fallenpunkte geben? Ne, das war seine eigene Falle. Das war seine eigene Falle. Gewinnt, gibt es Fallenpunkte. Außerdem war es seine eigene Falle. So, ähm. Was zum... Nö, mach doch nicht den Weg. Der ist doch lustig. Och, nö. Prof. Ja? Ich überlege noch. Ähm. So, ja. Oh, das war alles. Macht's ja wieder. Da kommt jemand mal ins Ziel. Kommt wenigstens mal jemand ins Ziel. So, hi. Meine Seefahrt, die ist lustig. Ah. Was zum... Nein, nein, Leute. Dieses scheiß Drehdings, ey. Jo. Vielleicht sollten wir das mal in den Luft sprengen. Noch zwei Runden. Ja, dieser Coin ist dann halt, wenn du da freischalten willst, ne? Ich weiß aber gar nicht, wie für ihn das zählt. Ob das für alle zählt oder nur für den Host. Der gibt nur Punkte. Ja. Ach nee, da ist auch... Ach so, stimmt. Da gibt es noch... Der bringt rein, der Bandlinger. Das sind die Kisten mit Ballons. Naja, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Warum jetzt einfach? Ich sehe keinen Zweck darin, da rüber zu kommen, aber... Ja, echt. Einfach mal Spaß. Was, ich bin... Ey, ey, was war das denn? Ich war auf der Ecke gebackt. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. So eine Scheiße. Auf der Zeit seid ihr noch. Pass auf, wenn du da hochsprichst. Ich bin da grad ziemlich gebackt irgendwie. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich hing irgendwie an der Ecke einfach fest. Jut. Zwecki, du musst noch einen Punkt in diesem Spiel überhaupt machen, ne? So. Schauen wir mal. Ähm. Ja, das ist ja easy. Ohohoho. Nice. Oh, jetzt hat er hier Underdog, Münze und... Underdog. Alter, jetzt sieht er aber vorher. Au. Ich komme. Ich komme. In der letzten Runde... Last turn. Okay, jetzt muss ich einfach noch verhindern, dass ihr reinkommt. In der letzten Runde gewinne ich nochmal. In der letzten Runde jetzt nochmal. Was genau macht diese Rakete? Äh, das gibt, glaube ich, ein Jetpack, wenn ich mich nicht täusche, wenn man die einsammelt. Ja. Die Scheißbienen. Ach, da sind sie sowieso nicht mehr. Bist du eh schon mit dem Ziel, wenn du auf die Bienen kommst. Scheiße. Na. Na, boff. Wird's was. Oha. Gefährlichstes Spiel. Okay, ich werde es schon mal nicht gewinnen. Nein. Ja. Meine Bienen. Meine Bienen. Nein. Ach so, und der Gewinner heißt... Ah, dieses Spocky. Und er hat auch noch das Glück, dass er ganz... Comeback. Comeback. Sehr gut. Das ultimative stinkt hier. Und alles nur, weil er das Glück hatte, ganz links zu spawnen und am schnellsten an dem Jetpack dran zu sein. Hätte Zwerg in die letzte Runde nicht gewonnen, hätte ich nicht gewonnen. Joa. Da gewinne ich vielleicht auch mal. Ich bin so fertig. Gott verdammt. Zur Abwechslung gewinne ich vielleicht auch mal hier auf der Farm. Vielleicht. Ja, diese wirklich ist echt super einfach. Ist ja das erste Level überhaupt. Und du? So schwer ist das jetzt auch noch nicht, Zwergi. Wall jump, wall jump. Ich springe natürlich direkt rein. Ich habe gesagt, wall jump, nicht Mähdrecher jump. Ja gut. Ich wollte euch mal ein paar Punkte schenken. Ey, was hab ich auch so? Oh, wir haben einen Doppelbuck. Ja, sehr gut. Ähm... La 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 la. Na, sehr gut. Oh. Scheiße. Nein! Wall jump. Du sollst wall jump machen. Ach, scheiße. Hab ich, hab ich. Aber es wurde hochwertigend. Ja gut. Aber man kommt durch. Man kommt glaube ich durch. Es ist nur sehr mies. Theoretisch. Und Bombe. Zumindest einen hier mal wegmachen. Das ist das... Na, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Na komm, nee. Einer reicht. Einer reicht. Ach, schade. Ah, nee, hier kann ich es nicht schon pläsen. Oh nein. Jetzt nicht das Ganze zum Drehen bringen. Das wird der Horror. Oh. Jetzt dreht es nur das eine, Pritz. Das ist super easy gerade. Außer du sprichst mit Schmückes genau rein. Ja. Ich gebe euch ein paar Punkte. Absicht. Alles Absicht. Alles geplant. Ich lasse den Gast hier gewinnen. Oh nein. Ah, schade. Ich will den Gast hier nur gewinnen lassen. Ja, ist klar. Ist klar. Ja. Theoretisch. Ach, was mache ich denn? Müsste doch jetzt. So. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Treppe machen soll. Ich blockiere einfach die Fliegerdings. Verdammt. Vielleicht kann ich aber jetzt hier so rüber. Nein. Ach, Kacke. Ja, so kannst du rüber. Theoretisch hat es geklappt. Wenn man nicht reinspringt, kann man da rüber. Sehr gut, dass ich Prof den Tipp gegeben habe. Scheiße. Ja. Läuft kratz. Tschö. Läuft kratz. Sehr super für mich. Ähm. Äh. Ja. Oh. Warte. Jetzt muss ich echt überlegen hier, ey. Dann überleg schnell. Alter, wie schnell schießt das Ding denn aber auch? Ah, fuck. Nice. Man kommt oben rüber. Ah, fuck. Na, sehr gut. Man kommt oben sehr gut rüber. Mein erstes Punkte. Comeback. Auch mal ein paar Punkte kriegen. Die Blume. Die Blume ist sehr gut. Stell ich mir selbst hier was. Und die Blume ist sehr gut. Gut. So Steve. Wird er es schaffen. So steht er da im Rampenlicht. Na, komm. Oh. Oh, Juhu. Er hat es geschafft. Der kann auch alles passieren. Oh, Bienen. Zwerges Liebling. Eis. Ich mache Eis drüber. Schade. Hm, was mache ich jetzt damit? Ja, gut. Aha. Ich hoffe, es läuft bei dir dort. Ich weiß, jetzt blockierst du die Pfeil, weil ich hier drüben stehe, aber das braucht man nicht. Interessant. Okay, wie komme ich da jetzt am dümmsten drüber? Weil wenn noch jemand reinkommt, kriege ich auf jeden Fall einen Kursbonus. Ah, dammit. Ha, bin drin, was nichts ändert. Naja, immerhin. Bin zufrieden mit meiner Leistung. 2 zu 1 für mich. 2 zu 1 zu 0 für mich. Ja, ja. Ich habe zumindest ein paar Punkte bekommen. Ah, ich schläge mich jetzt hier ganz gemütlich hin. So, was machen wir jetzt als nächstes? Hier, Brücke in der Brücke. Können wir die doch mal machen. Das ist spannend. Schauen wir mal das hier. Hallo, willkommen. Das haben wir mit Prof auch noch nicht gespielt. Ich muss immer meinen Chat begrüßen, wenn Leute Bescheid an oder sehen. Mach das. Ich begrüße meine Zuschauer auch. Das liegt richtig zusammen, ne? Irgendwann. Jo. Wir sollten schon anfangen, hier uns einen Weg zu bauen. Also hier schon mal unten drunter. Mal was. Mal weise sein und hier. Mal weise handeln und hier was bauen. Das dann später. Nein, Prof, mach nicht diesen. Natürlich bin ich sofort demonstrativ kaputt. Prof, du Sau. Beweg dich. Ich wäre nur halt so lustig. Ach, das ist scheiße. Ich würde jetzt lachen, wenn er runterfällt. Ja. Wäre mir in dem Fall auch egal. Prof, jetzt ist dein Kennspielverderber. Jetzt. Bewegt deinen Arsch ins Ziel. Ja, komm los jetzt hier. Ach, Prof. Mit dir spielt ich nie wieder. Du weißt, dass du auch Leute kicken kannst, ne? Ach, den Prof doch nicht. Ich will doch nur ein bisschen die Welt brennen sehen. Wollen wir das nicht alle? Wie ist das denn zu viel verlangt? Ha. Das ist ein sehr gutes Duck Deck. Da gleich wieder so einen Klotz hinzubauen. Das ist ein sehr gutes Duck Deck. Das bringt's. Das ist genau so ein brückelnder Block. Oh, Zwergi. Zwergi. Das ist ein Schwein. Das ist ein bisschen der Fall. Oh. Ich auch. So, jetzt runterfallen, Prof. Ja. Ich will ihn sterben sehen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Schnell, schnell, schnell. Ihr kriegt keine Punkte. Keine Punkte. Ich setze da mal ein paar Kisten hin. Ich setze hier schon ein paar Kisten. Damit wir da einen Weg haben, rüber zu kommen. Was? Wah. Oh, oh. Oh, oh. hopefully. Ha, wow, ok, ha, ha. Man schießt die Kanone oder kann man sich aus der Kanone rausschießen? Ich hab keinen blassen Schimmer. Sieht so aus, als könne man sich aus der Rausschießen, oder? Die scheiß Bienen. Ey! Man kann auch die Brücke mit den Bomben zerstören. Ach, Dreck. Na komm, die sterben. Ah, stopp, die Armbruchstrop, die kam ganz gut. Ja. Jetzt macht das da unten, das bringt doch überhaupt nichts, das da unten kaputt zu machen. Er macht's trotzdem. Jetzt kommt er nicht mehr hoch. Doch, er kommt hoch. Haha. Danke für die einfachen Punkte. Zweimal Falle und Solo und Wind. Jo, hat er schon gewonnen. Jetzt noch Karmelk dazu, der Nächste gewonnen. Ähm, ich baut ein Maigischmal. Verraussichtlich. Ja, hier. Ups. Ja, da muss noch ein Ratschen. Easy, easy. Da muss noch ein Ratschen. Ja, aber was ist die ganze Zeit nur mit Brücken zerstören beschäftigt, anstatt zu gewinnen, ne? Ja, was kann ich dafür, dass Zwerg ihn nicht besser ist? Ja, gut. Er ist besser als du. Das ist ein Argument. Gut, ähm. Tja, ich bin nicht der, der ne Wette abgeschlossen hat. Äh, was für ne Wette. Rooftops, Rooftops ist auch ganz lustig. Darauf haben wir gar nicht einen geschl- Darauf haben wir gar nicht einen geschlagen. Ähm, ähm. Oder wir können auch ein fieses Level machen. Wir haben die Wette gar nicht abgeschlossen. Ja, ist okay, ist okay. Entlass ich nicht. Dann lass, dann lass mal die Metal Factory. Ja, warum nicht? Metal Plant. Metal Plant. Metal Fabrik. Uh, klingt gut. Äh, ja. Oder? Die bewegen sich doch, oder? Die bewegen sich. Die werden sich bewegen. Ich glaub. Ah. Ja. Ja. Alter, man kommt nicht. Jetzt. Nein! So. Alter, was macht man? Jahrhärisch, aahh. WTF ist mit diesen Kissen? Ahh! Verdammt! Was tust du? Was war das jetzt? Das war's wert. Ähm, ähm, die war, noch mal, und hops, hua, 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 verdammt. Das ist so ein Dreck, ich stell mich heute aber auch an, ich stell mich heute an, ist das wahr? Machen wir es mal interessant, machen wir es mal interessant jetzt. Nimm das Stacheldraht, Stacheldraht zu machen. Soll sie nicht Steel Drum spielen? Das macht keinen Sinn, weil, ja. Oha, oha, oha. Verdammt. Ich dachte, ich werde stinkt hier. Das warst du eigentlich schon lange nicht. Ich hab auf das falsche, ich hab auf das falsche Tier geguckt. Ja, mit Umschalt kommt man auch noch recht viel weiter. Ich bin heute Brücken, äh, äh, Leiternbauer. Oha. Oha. Sehr gut. Sieht doch hübsch aus. Hm. Eigentlich ist es fast schon zu einfach so. Äh, ja. Wer zu Gott verliert. Oha. Oha. Ich warte dann mal noch eine Runde. Okay, okay. So, und jetzt? Wie komme ich jetzt da oben drauf? Also, eigentlich ist es echt easy. Warum ist es so easy? Oha. Oha. So viel dazu. So, jetzt nur noch auf die Felder aufpassen. Dass ich hier mal rüber komme. Zwergis ist eh vorbei. Er hat schon wieder gewonnen. Ich weiß. Danke, dass du es zu schnell beendet hast. Es ist nicht so langweilig für die Zwergis. War Absicht. Hat's gut gemacht. Andes Absicht. Gut, dass wir nicht gewettet haben, Zwergis, ey. Hehehehe. Ja. Nuklear plant auch, hm. Ob es da eine Atombombe dann gibt? Also, irgendwas sieht viel zu einfach aus, dass das ja wieder passiert. Das ist auch viel zu einfach. Irgendwas muss da doch noch anderes passieren. Warum ist das so schwarz hier oben vor allen Dingen? Warum sind die so schwarz? Das wirst du noch sehen. Oh, fuck. The fucking hell. Das? Deswegen ist das so schwarz. Ja. Man sieht halt kaum was. Ah, ist das nicht? Boah, das ist ja nervig, ey. Yo. Man sieht halt kaum was. Und einfach noch gucken, dass wir da rüberkommen. Yo. Oh, ich hasse sowas wie die Pest, ey. Ohne Witz. Ja, aber wir dürfen es schon nicht zu einfach machen. Das ist sehr langweilig. Das ist sehr langweilig. Das ist sehr langweilig. Oh Gott, verdammt. Das wechselt auch noch. Oh, ja, stimmt. Oh, ich bin gleich drüben. Oh, Zwergi, Zwergi. Nein! Zwergi! Die Tür ist eigentlich relativ sinnfrei, habe ich das Gefühl. Das macht ja keinen Sinn. Na komm. Was? Hä? Das ist doch Bullshit. Du bist an deiner eigenen Falle gestorben? Ja, aber ich weiß nicht wieso. Ich war schon drüber, dachte ich. Na komm. Los. Na komm. Lass dich verbrennen. Lass dich verbrennen. Nein. Komm, jawoll. Oh mein Gott, er hat es noch geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ohne Witz. Wollen wir aus dieser Runde eine Wette machen? Nee. Ja, ja. Ja, ja, ja. So was gut für mich aussieht. Okay, ähm, wenn du, äh, hast du Twitch, äh, Amazon Prime oder so? Nee. Komm. Das ist doch schade. Sonst hätte ich, sonst hätte ich gesagt, wir müssen bei dir subscriben. Ansonsten hätte ich bei dir subscriben. Nee, hab ich, hab ich tatsächlich wirklich nicht. Ähm, ja. Aber das wird sich vielleicht noch wenden. Das ist, das... Oh Gott, Längsstreifen ist ja noch her und beschissener. Das kann sich noch wenden. Oh, verdammt. Tschüss, Zwergi. Oh. Okay, das wird jetzt echt... Man sieht die Pfeile nicht, das ist so scheiße, wenn der Schwarztreibend da ist. Hahaha. Der kommt... Immer wenn ich sie seh, kommt der grade. Oh Gott. Dieser Level ist echt bösartig. Eins. 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 Ne, warte mal. Sorry, warte. Jetzt. 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 Na. Dass du dich nicht verzehrst. Jetzt. 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 Ah, schade, aber ich hab's drüber geschafft. Ja. Der Plan hat funktioniert. Der Plan hat funktioniert. Er ging auf bis zu dem Zeitpunkt, wo er nicht mehr aufging. Jaja, genau. Ne, ich hab nicht Schritt 2 gedacht, wie ich durch die scheiß Tür komme. Also Schritt 1 des Plans ging auf jeden Fall auf. Schritt 2 leider nicht mehr. Ja. Ähm. Ach, komm. Alter, jetzt wird's so langweilig hier. Mach's interessant. Ja, mit nem, mit nem Holzblock, oder was? Natürlich. Es gibt doch möglichen, ich kenne das. Es gibt doch möglichen, ich kenne das. Es gibt doch möglichen, ich kenne das Holzblock, was, was Gutes zu machen. Tschüss, Zwergi. Ich bin noch da. Ich lieg noch dort rum. Ja gut, da bist du noch. Theoretisch kann man's auch... Da wie eine Leichheit ist. Theoretisch kann man's auch schaffen, wenn man tot ist, ins Ziel zu kommen. Aber wenn man am Anfang stirbt... Also manche Konstruktionen haben das schon geschafft, dass man ins Ziel kommt damit. Da gibt's dann Punkte für... Da gibt's dann Punkte für Autopsie. Das ist cool. Das hab ich schon mal... Als ich die Flammenwerfer so gesetzt habe, hat mich gerade noch gerettet. Das hab ich tatsächlich schon mal geschafft, tot ins Ziel zu kommen. Samstag zu sterben und dann hast du da so ein Karussell drin und dann hast du dann so eine Blume, die dich weiterfeuert und dann hast du schon... Da bist du wirklich erlos. Ich glaub, der Altcoin bleibt da nicht drauf, ja. Nein! Ach, scheiße. Tschüss. Ich warte mal. Ich warte mal, bis ihr fertig seid. Na komm, geh sterben. Ups, da war was. Das war keine feste Plattform. Okay, und jetzt ich. Jetzt wir hier rechts ranspringen und warten. Ja, genau. Ja, genau. Bisschen nach rechts. Du musst das Ding, wo dieser Stackel drauf ist, da muss... Denn der katapultiert dich ins Ziel. Bestimmt. Jetzt einfach rechts rüber, einfach rechts rüber. Ja, ja. Einfach oben drauf springen. Ja, ja, Schnauzeiten. Schaffst du, schaffst du. Auf geht's! Oh, 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 oh. Zwei, 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 Zwei. Guck mal, du kannst einfach B drücken, um aufzugeben, ist okay. Du kannst es einfach aufgeben. Ich klebe niemals auf. Ich klebe niemals auf. Guck einfach auf. Nein. Nice. Ich hab's reingeschafft. Oho! Oho, Zwei, Zwei. Jetzt wird's knapp hier. Blume. Mach mal so Dann wird's nochmal lustig Das ist kacke Ja, ich weiß Ich tanze ein bisschen Ist ja schließlich ein Ballraum Oh, ey Tschüss Ich hasse das, wenn man es nicht richtig sehen kann Ich guck, sowas wird nicht klar Da war das Klebe-Dings drauf Ja, hab ich bemerkt Ja, okay, ich geh mir dann mal Spießen und einen Kaffee machen Jo Na Ne, das mach ich nicht Ich geh an der Blume vorbei Oh Na Ha Nice Oh mein voll gegen Gott, er hat's wirklich noch geschafft Ich hab's geschafft Oh, ich hab gar nicht mehr hingeguckt Ich dachte, der Dreck Tja Ich bin der Ultimative übersperrt Eins Sehr gut Habe ich doch nochmal gewonnen Sehr toll So schaffen wir noch eine Map, oder? Machen wir das 20 Uhr, oder was? Eine Stunde, ne? Ja Dann machen wir hier, dann machen wir einen Nuklear-Powerplan Warum nicht? Das kann voll mit Fallen ziemlich nervtütend sein Und erst die Strahlung Das kann, ja, das kann Ne, keine Ahnung Bei dir alles, ach du Scheiße Jetzt haben wir da beides fast, ne? Ja Das kann nervtütend sein Das Ding fährt erst mit dem Aufzug hoch Okay, ja, ich seh's Also fängt man erst hier so irgendwann richtig an Ich hab das mal Ich hab das mal online gespielt Mit mehreren Möten zusammen Und Und da haben die dann angefangen Hier die ganzen Die ganzen Failmaschinen aufzustellen Dort am Fahrstuhl entlang Und dann kam man da gar nicht mehr hoch Aber sonst ist hier nix, oder was? Das ist einfach noch ein Fahrstuhl, der hoch Aber du kannst da Durch Dinge platzieren im Weg des Fahrstuhls Du kannst dann halt die ganzen Da kommen dann Du heizt die ganzen Puckmaschinen Und die ganzen Die ganzen Fahrstuhl Die ganzen Puckmaschinen und Failmaschinen Das ist auch, man Die Armbruste Das wird dann schmerzhaft Das ist schon langweilig Also willst du den Also mit den Fail Hier mit der Armbrust Das wird's tierisch Das wird schlimm hier Von oben in den Aufzug Nee, das reicht schon Wenn's hier so lang Ja, okay Soviel dazu Nicht gebracht Ja, wenn's dann fünf oder sechs Wie kann man hier durchrutschen? Wie kann man hier durchrutschen? Jedes Mal! Tja Ich hab das was Ich hab das was auch hier Das ist alles Ja, schaffen tust du es Hoffentlich nochmal Oder so Oder hoffentlich eher nicht Mal sehen Na? Okay Wird das überleben Da unten ist eine Armbrust Die will dir Hallo sagen Ja Nächstes Mal mit Tastatur spielen Nein So Solche Spiele muss man mit dem Controller spielen Ansichtssache Verdammt Ähm Na warte Warte ab Ich hab da was vor Geräusche machen? Jo Jo Verdammt Ah Ah Es war ein Schwein, dass ich da was reingekommen bin Mist Aha Ist ja gut Okay Das Level könnte jetzt etwas länger dauern Weil wir müssen doch durchkommen Na nach einer bestimmten Anzahl von Runden Heißt es auch nur noch drei Runden Also nach einer bestimmten Zeit gewinnt halt der Ja ja, aber trotzdem Der gewinnt halt der, der am meisten Punkte hat Also bisher Bisher sieht es dann noch nicht so gut aus Krall dir das Spielzeug, krall dir das Spielzeug Sehr gut Ja Mach mal immer schön im Abstand Immer schön im Abstand Zwergi Immer du noch eins dahin und Immer mach es mal so hier Und dann viel Spaß Oh scheiße man Ich schaff das Verdammt Ah scheiße Der Prof, der schaffts noch Oh nein Ich muss ein Tipp geben, wie man da wieder rauskommt Ich hab's ja schon mal gemacht Ich muss dann die rechte Wand springen und dann links rüber springen Gib ihm nicht auch noch Tipps Ich soll darin verrecken Aha Oh fuck Na 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 Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho So, mit der Punktverteidigung sieht es gerade sehr schön aus. Stragartig, dass das doch plötzlich schwer wird. Oh, noch mehr. Ich muss mir auch noch gerade greifen. Schade. Hm, wie viel kann ich damit kaputt machen? Such dir eins von beiden aus. Hm. Hau weg. Du entfernst eins oder keins? Nein, ah, Mann. Danke, du bist ein Arsch, ey. Du hast es doch mal ein bisschen. Tja. Die Amboss bringt irgendwie gar nichts. Nee, die bringt auch nichts. Scheiße, man sieht es nicht. Wo ist es denn? Ah, man sieht das Ding nicht. Hallo? Da ist es. Oh, es kommt auch noch durch, weil mein Körper den Rackingball geblieben hat. Tja. Meine Leiche. Punkte. Punkte für mich. Zwerg ist ein starker Verfechter, das mietheelt. Hm, erscheint. Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Das ist ja gut. Da kommt man jetzt gar nicht mehr durch. Scheiße. Scheiße. Verdammt. Jetzt kannst du mich als Schild benutzen. Ich bin der Zerstörer. Das Werk macht es einfach nur langweilig. Bisher hat das nicht überlebt. Ups. Uha. Punkte für uns zwei. Ich hole mir die Punkte für den Ersten hier. ja gut bringt ja aber trotzdem nichts schwarzes loch das wird spaßig einfach mal nach rechts irgendwie ist rechts in relativ sichere stelle sagt er ich jetzt wieder runter da warten ab da oben ist noch ein schwarzes loch ich bin bei diesem spiel ist immer wieder schön daran zu denken im synchronstudio abgegangen sind ach scheiße da oben ist ja ein schwarzes lach ach ach ich will nicht allzu lang laufen dieses schwarze punkte auf dem bildschirm das ist das ziel ja meine armbrust die bringt ja sonderlich viel was zum hinkern um lebst du noch nö nein gut dass ich vor ewigkeiten hier mal dieses faszin platziert habe das hat viel gebracht dass man darüber kommt au drei runden noch aber weißt du was super mies ist hihihi ah nein man kann sich auf dem fahrstuhl ah das ist schön gewesen hm bestimmt kommt man da jetzt auch drüber nee die kann sich die Spawn Region nicht belegen damit ne naja stimmt das ist die Spawn Region ja da kommt er trotzdem noch drüber natürlich kommt er dann noch drüber ja aber die frage ist ob ich will ich würde ich ja eher das für euch schwerer machen weil ich bin ja in Führung ich sterbe sowieso gleich ja gut jetzt muss das nur noch schaffen na ach dammit fremd easy 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 ja gut ja ich hab zweimal Fallenpunkte wuhu gibt es hier auch irgendwo eine Punkteliste wo man gucken kann wer wieviel es steht 5 1 1 ich hab nicht gezählt ich hab fünfmal gewonnen äh Prof hat einmal gewonnen und du hast einmal gewonnen ich hab auch mal gewonnen naja komm mal drunter ja die gibt es doch noch hier diese Loadings keine Ahnung was das ist das sind äh wenn du Custom Level runterlädst kannst du die da aktivieren hat jemand Custom Levels welche wir nicht haben ne mach mal wieder raus oh doch ich hab hier welche ich hab hier welche ich hab so sehr viele ein bisschen mit Flugzeugen Flugflügen hm Jo Sieht irgendwie langweilig aus oder? Ich hab hier jedenfalls das wird noch lustig wenn da Fallen reinkommen ja das ist schon lustig aber ich glaube ich hab's schon unmöglich gemacht oder? ja unmöglich nicht hm ist das hier ne Wand? ja aber da kommt man ab so da kommt man nicht hoch keine oh da oben ist auch zu ja ja das sag ich ja ich hab das unmöglich gemacht ja gut oh ne unmöglich nicht hm ja ich hab's wieder rausgefunden wie es geht hm ich hab's auch grad fast unmöglich gemacht da runter zu fallen hm 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 Hoffen gemeinsam mal Suizid, oder? Ich tanze, Liebe Ob er das Spiel irgendwann einfach aufgeben lässt? Ich glaube, irgendwann kommt das ja Und Bäm Ja, du mich auch Ja, soviel dazu Remote Limit reached, ok Oh, Bomber Sehr gut Da kann ich mal den Weg freimachen Oh, sehr gut, da kann ich ja den Weg zu machen Kommt wieder keiner durch Machen wir es zum Schluss nochmal spannend Da oben ist die Pflanze ja langweilig, da kannst du einfach vorbeilaufen Na Sehr gut Oh, der Zwerg hat das geschafft, ich krieg die Riese Ich auch Die sind noch an der Pflanze vorbeikommen Dann kannst du einfach totlaufen Hast du kein Problem Ach ne, der ist ja, das stimmt Das ist ja Ne, die haut dich Ne, der Topf ist solide quasi Das hab ich vergessen Aber du kannst, die Pflanze haut so langsam Wenn der Eben das hofft, dann kannst du einfach vorbeilaufen Stimmt Das machen wir jetzt hier mit Ach Zwerge, du bist langweilig, echt ey Boring, 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 boring Ja, wo soll ich sonst hinstellen, das Ding? Ich hab jetzt so einen blühen Kotz Mach da noch in den boring Flammenwerfer Das geht doch eigentlich darum, dass man das schwerer macht und nicht einfacher Nein, sag mal Oh, scheiß Spiel, ey Genau, das Spiel ist schuld So, und jetzt? Ja, mal gucken, was jetzt Ja, das geht doch nicht Ja, danke Zwerge Ich hab's mal ausprobiert Danke für den Vorfehreeffekt Und dann sterbt er daran Da hättest du das Fasschen machen müssen Ja Wart mal jetzt hiermit Ja, warte mal, mach's mal nicht, weil wir kommen ja mit der Pflanze Da kommen wir einfach gar nicht mehr hoch, was? Das ist Autopsie Oh nee, das ist doch scheiße, da müssen wir alle mal Selbstmord machen Das ist ja auch langweilig Selbstmord ist langweilig Das will doch sonst keiner sehen im Let's Play Denkt doch an eure Zuschauer Ja Keine Sorge, ich nehm nicht auf Die Piraten Vorsitzender, die Piratenpartei 2002 Selbstmord ist langweilig Aus dem Kontext gerissen Scheiße Ja Ja, die Blumen sind ja kenne das Die sind hier unten Ah, der schießt so schnell manchmal Oh, Leute Oh, fuck Und jetzt ich Nice Ich bin meine eigene Blume zum Opfer gefallen Oh, ähm, oh, äh Auf jeden Fall Na Ah Verdammt Nee, du musst auf die Blume in der Mitte draufstehen Ja Und dann rüber Da war ich doch drauf Nee, du bist direkt an die Wand gesprungen Oh, shit Jetzt das nachher noch Jackbox Games Mit anderen Leuten Mit anderen Leuten So, ja Damit man mal rüberkommt So geht's auch Was hast du denn für Probleme? Außer ADS fällt mir jetzt kein spontan ein Außer Drecksjob Aber sonst Nein, Ah Nice Bleib weg Ich erwischte immer meine eigene Pflanze Wir sind alle so ein bisschen komisch hier Hallo Säge Wir sind ja für fünf Deskot Wir sind alle ein bisschen komisch Ja Das war so Das war so irgendwie ein bisschen Aufnahme Aufnahmekriterium Das ist ein bisschen an, weil du eine Waffe hast Also Du musst da Also wenn ich so an die Mitglieder denke Also Da haben wir Prof Da haben wir mich Da haben wir Den Modi Da haben wir die Niniline Na gut Takeru ist einigermaßen normal Aber Ansonsten Wenn ich verrückt ist Ist nicht normal Also Takeru ist vergleichsweise Das kommt Der ist zumindest kein kompletter Psychopath Wie wir alle Dammit Immer meine eigene Pflanze Nein Ah Mist Ich wollte auf den kleinen Echt schon Scheit Jo Tschüss Start Was Lass du Start weg sprengen Warum nicht das Ziel weg sprengen Stimmt auch wieder Klick Klick Jetzt habe ich das Ding und weiß nicht mehr was ich entfernen will Mach irgendwas Verschwindet Ziel Schade Ich glaube fast zu einfach Schade Mal gucken Nicht dass ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne aber Hm Also der Flammenwerfer ist schonmal nutzlos Ach damit Also es ist nicht zu einfach Sagen wir es mal so Hat jemand Hunger auf gegrilltes Chameleon? Jo ich Ja 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 Es muss nur noch Achso das ist eigentlich auch relativ easy Ich hoffe ich Verdammt Wie komme ich da jetzt durch? Wie zum So So geht es auch Der Flammenwerfer ist eh sinnlos Ja gut Jetzt seid ihr beide Underdogs Schwarzes Loch Bilde Jetzt ist es unmöglich Die Autopsie wird was anderes herausstellen Ich 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 Der Pfeil in meinem Kopf sagt irgendwie was anderes als Todesursache. Die Autopsie wird was anderes herausstellen. Ich glaub da brauchst du keine Autopsie. Meinst du? Verdammt. Pass auf den... Wie war das? Pass auf den Flammenwerfer! Fuck! Passt auf die Blumen auch. Das hätte mein Sieg sein können. Das hätte mein Sieg sein können. Oder auch nicht. Es muss wieder zu hektisch sein. Drei Runden noch. Dann hat die Blumen auch hin. Kelken, Kelken. Das wird lustig. Los, mach irgendwas. Das ganze Ding dort. Mach doch nicht die ganzen lustigen Sachen kaputt. Ist denn nur die Pflanze und das eine Drehding. Der Handschuh ist noch im Weg. Naja, der Handschuh wird ja nur aktiviert, wenn du... Wie zum Henker. Was? Ich bin an der... Nein, nein, das Ding ist ja jetzt da drauf. Ey, scheiße. Ich bin an der einzigen Stelle runtergefallen, an der man runterfallen konnte. Das ist... Ja, lach du mal, Prof. Lach mal. Lach mal. Jetzt will ich dich sehen. Ja, siehste? So viel dazu. Okay, hast du. Ich habe meine Schadenfreude auch über den Tod hinaus. Das hätte ja sogar noch was werden können, aber das war jetzt... Das war jetzt scheiße, ja, ich weiß. Das war scheiße. Noch zwei Runden. Na komm. Ähm. Ja, ne, ähm. Brrrrrrrrrrr. Ach, verdammt. Keine Puckmaschine. Ambrust bleibt da. Ich glaube, das ist unmöglich, jetzt durchzukommen. Nichts ist unmöglich. Was zum Henker ist mit mir jetzt los? Ich glaube, da kommt man nicht durch. Ich glaube, ich mache jetzt Schluss auf. Ich habe einen Pfeil im Arsch. Was ist mit mir jetzt los? Ich bin hier. Ich fahre jetzt zweimal in Folge. Ja, das war jetzt. Es ist eh unmöglich, durchzukommen. Wieso falle ich denn da runter? Es ist ja jetzt noch eine Runde. Das heißt, ich muss jetzt echt nur daran hintern zu gewinnen. Selbst dann passiert ja nichts. Selbst dann, stimmt. So. Ich mache dir jetzt einen Heilball hin. Dann falle ich hier nicht mehr runter. So, jetzt ist dicht hier. Win by default hier. Ach, leck mich doch. Es gibt keine Möglichkeit mehr hier durchziehen. Ich muss trotzdem meinen Gewinner Dance schon mal machen. Ja, halt. Naja, sei dir gegönnt. What? Die Wand zählt wohl nicht als Wand. Nee. Wie ist das so einfach hier eigentlich hier? Wieso zur Hölle zerbrechen die an dir? Was? Wieso zerbrechen die an mir? Was? Cheater. Verdammter Cheater. Ah, jetzt haben wir es raus. Ja, jetzt ist es klar, warum da. Was? 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 Ich bin die ganze Zeit einfach nur drüber gesprungen. Keine Ahnung. Jetzt wissen wir ja, warum er gewonnen hat. Das ist es, ja. Jetzt ist dein Cheat aufgeflogen. Ultimate Chicken. Wuuuup. Ultimate Cheater. Jetzt ist dein Gewinn aufgeflogen. Jetzt ist dein Gewinn aufgeflogen. Ja, von wegen Wetter, das ist. Das ist jetzt hier. Ja, ja. So, war es das jetzt, oder was? Oder war doch noch eins mal. Ach, nö. Ich habe genug zum Verlieren. Marco, grüß dich. Hallo. Gut, na dann. Zeit für Credits. Die Credits. Ja. Mach mal den Abschluss einen Monolog. Ich glaube, ich habe es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Schaut beim Dangerous Deathbluff auf Twitch vorbei. Der macht da schöne Livestreams. Schaut auf keinen Fall beim Prof vorbei. Da ist nichts zu sehen. Nichts mehr. Ich vertrete mal einen Battle Rant. Wir sind heute richtig schlecht gewesen. Da gibt es nichts. Da gibt es nichts. Also bei mir ist es auch nicht so wahnsinnig. Ja, du warst heute sehr, sehr schlecht. Du warst halt. Das ist... Ich weiß, ich stehe aber auch dazu. Von daher. Ja. Ähm. Na dann. Ich würde das wahrscheinlich als... Als eine Stunde Aufnahme einfach raushauen. Ich würde das einfach als ein Video machen. Einfach für die, die durchziehen wollen. Für die Klicks. Für die Klicks. Genau. Na dann. Na dann. Ich würde mal sagen... Vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, guckt euch mal Duck Game an. Ja, werde ich mal... werde ich mal... Recherchieren. Na dann. Tschüssi, Gowski. Mach's gut. Gut, ich bin dann mal raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschü, tschü. Ciao, ciao. Tschau, lü. Da war er hinfort. Na und sonst zu? Warum macht der Affe russische Tänze? Bitte sag mir, dass ich ihn russisch anziehen kann. Das wäre cool. Nein, er kriegt eine Kochmütze. Warum kriegt der eine Kochmütze? Und nur Studentenjacke. Und kann Metall zum Roboter werden. Hä? Oh, ich kann Hoodie anziehen. Cool. Oh, ich kann das. Das war's für heute. Ist doch schön.